Die Sura Magdares Wenn wir ihn entkommen lassen, ist er für immer außer Reichweite. Und deswegen hole ich die großen Waffen raus. Das ist der Drachenspeer. Damit wehren wir den Sura ab und lenken ihn auf die offene See. Das Ziel wird uns mit voller Wucht treffen. Ihr müsst ihn also weichklopfen und auf Distanz halten. Seid unnachgiebig. Habt ihr verstanden? Ja, klar. Noch eine Sache. Der Nergigante dürfte auch auftauchen und uns in die Quere kommen. Wenn das passiert, dann müsst ihr ihn stoppen. Der gesamte Einsatz hängt davon ab, ob ihr das hinkriegt. Ich zähle auf euch. Hörst du voraus! Melde dich, wenn der Nergigant im Anmarsch ist! Der Sura kommt! Bewegung! Sura! Nutzt alles, was euch zur Verfügung steht! Ich bin überall aufgeraden! Kämpft mit Courage und Träpfchen! ! Ja, ich bin überall aufgeraden!